Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir Nagelzeugs bestellt und zeige euch den Inhalt meines Päckchens. Vielen Dank. 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 Und das ist ein Korallrot. Und dann war die kleine Klammer mit dabei. Ich weiß nicht. 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 Sie weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war's für heute. Das ist ein Foliengel und das ist der eigentliche Grund, warum ich bestellt habe. Bisher habe ich immer nur mit Folienkleber gearbeitet, aber mit dem komme ich irgendwie nicht so gut klar. Und jetzt wollt ihr es einfach mit einem Gel probieren. Okay. 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 Und zu guter Letzt habe ich mir eine Wundertüte gekauft. Und da steht drauf, das Leben ist eine Wundertüte. Und da steht drauf, das Leben ist eine Wundertüte. Meine Erfahrungen mit Wundertüten im Nagelshop sind eigentlich nicht so positiv, weil ich irgendwie immer denke. Man kriegt immer den Schund, den keiner will. Aber von dieser hier bin ich schwer begeistert. Okay. 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 Das ist ein Farbgel in der Farbe Türkis. Okay. 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 Noch ein Farbgel in der Farbe Pink. Okay. 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 Kleine 3D-Nagelsticker mit Steinchen. Da sind kleine Perlen drin und irisierende Straßsteinchen. Da sind kleine Perlen drin. Und ganz viele kleine Strasssteinchen. Und ganz viele kleine Strasssteinchen. Und das sind Grumpflocken. Grumpflocken in Silber. Und das war's. Mehr ist nicht mehr drin. Und das war's. 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 Das war's für heute. Das war's mit meiner kleinen Bestellung. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut!